sowas gehabt leute so schön so wir kommen zu kleinen kommentarien im hintergrund ccm2 auf der xbox mit einem richtig fett aiming face und so ist eine schöne nuke gewesen auf der map estate glaube ich heißt die bodenangriff wäre locker 100 plus geworden wenn ich meine verfickten teammates die flaggen eingenommen hätten man wir haben glaube ich richtig heftig verloren hätten wir dass ich nicht die nuke gezündet habe ich habe die nuke am ende gezündet bei 190 punkten oder so ihr wisst gar nicht was ich dafür in grinsen drin gehabt habe in mein gesicht hat da und ich habe so angefangen zu machen die typen man die haben so abgefragt die haben die tippt die haben das die haben gesnipet mit her mal wie sie und aufsatz pro magazinerweiterung so ein kack einfach eine kacke da und hier bin ich kurz so haben hochgegangen dazu b hoch weil ich die waffe nachladen wollte wenn die waffe dauert richtig haben habe ich auch vergessen zu sagen ist mit der p90 es spielt schalldämpfer nur schalldämpfer ja vergisst das immer wegen black ops 2 da kann man immer zwei zwei waffen auf seite mitnehmen schalldämpfer marathon feuerkraft nena glaube ich alles auf pro natürlich auf die xbox aber ich glaube ich schon gesagt eh mein gott ich wiederhole mich wie so ein huren sondern da und tue eigentlich ging ab normale killstreaks mit ac kann ich ja nicht spielen weil ich halt zu schlecht für die bin aber er kann man nichts machen eigentlich und zwar zwar fertig die akimbo wieso die akimbo keine ahnung hätte ich hab's hat irgendwie bock akimbo waffen zu spielen ich wollte auch die p90 in akimbo machen aber auf der map die map gesehen und ja das war glaube ich 72 zu 7 oder so die unten hatten so live live ding im klaren tag so live record und so ich hab den die die haben die ganze drum gegammelt alter mit ump mit tatlern und so ein kack haben die ganze drum gegammelt man das ist nicht mehr normal wie die umgegammelt haben digga ich wollte das nicht das ganze gameplay nehmen weil wenn ich glaube ich habe drei todentrander vom chuba gekriegt und so weiter und so fort gehen wir zwei dies wenn diese franzosen und so mit juba spielen müssen dann sind das ein richtiger pro gamer kann man nichts machen hier habe ich jetzt die nuke kriegt und dann habe ich noch ein paar keys gemacht und dann ja 70 72 zu 7 oder so und jetzt habe ich mal geschafft durch zu kommentieren fast weil das ist gleich am ende hier setzt sich den uk an daten volles kind in meiner fresse digga ich habe so angefangen zu lachen habe mir gedacht jetzt kriegt der packung ihr wichser hier noch mal zwei gegner abgeholt hier der wollte sich irgendwie drehen oder so keine ahnung was mit dem los war und ja das war es eigentlich schon mit dem gameplay ohne übern like und so würde ich mich freuen und ja dann bis zum nächsten kommentar so jo tschau sein eurer so die euer so kemany ohne witz bin so ein wappen digga tschau sind